Die AfD sorgt mal wieder für große Schlagzeilen in der Bild-Zeitung. Es geht um Remigration, heißt es hier, Zoff um AfD-Brief an Schüler. Ja, was da passiert ist, das werden wir uns jetzt genau anschauen. Aber vorher heute meine Bitte und heute ist sie wirklich wichtig. Ich bin auf eure Mithilfe angewiesen. Ich möchte, dass dieses Video möglichst viele Schüler sehen können. Denn wo die Bild-Zeitung nur über den Brief spricht, werden wir uns den Brief Satz für Satz, Wort für Wort gemeinsam anschauen. Und ich finde es wichtig, dass die Schüler auch mal beide Seiten sehen können. Es wird auch über diese sogenannte Potsdam-Konferenz gesprochen. Und deswegen heute ist eure Mithilfe besonders wichtig. Teilt dieses Video, damit es auch wirklich jeder Schüler gelesen hat. Abonniert nebenbei dann noch schnell den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und jetzt gehen wir rein hier in die Thematik. Wir sehen hier den AfD-Bundestagsabgeordneten Dirk Brandes. Er hat sich dazu entschieden, diesen Brief zu schreiben, weil ihn viele Schüler kontaktiert haben. Die Schüler haben Sorgen, weil sie von ihren Lehrern und den Schulleitungen dazu gedrängt werden, an sogenannten Anti-Rechts-Demos teilzunehmen. Und da haben die Schüler keine Lust zu und haben aber die Angst, dass wenn sie nicht teilnehmen an diesen sogenannten Gegenrechts-Demos, dass sie dann an der Schule gemobbt werden oder auch von den Lehrern dann eventuell im schlimmsten Fall schlechte Noten kriegen. Und da hat er sich halt entschieden, einen Brief zu schreiben und hat diesen Brief dann an Schülerorganisationen gerichtet, aber hat ihn auch auf seiner Homepage veröffentlicht, sodass wir uns den gleich anschauen können. Die Bild schreibt jetzt, Ende Januar hatte Brandes in seinem Wahlkreis Niedersachsen die Schülervertretung der IGS Langenhagen und KGS Sender angeschrieben und genau diese Nachricht als offenen Brief auf seiner Homepage gestellt. So, und deswegen bitte ich euch nämlich um die Mithilfe. Es sind ja nur begrenzt Schülervertretungen da erreicht worden und auch die Homepage ist sicherlich nicht jedem Schüler bekannt. Und ich möchte einfach mal, dass die Schüler beide Seiten sehen und sich auch diesen Brief angucken können. Denn hier schreibt die Bild lediglich zum Inhalt seines Briefes eine ausführliche Beschreibung der AfD-Migrationspolitik und einer seiner Meinung nach Einordnung der medialen Berichterstattung über seine Partei als Schauermärchen samt Gesprächsangebot. Und bleibt unbedingt bis Ende des Videos dran, weil dann gehen wir auch nochmal auf die hier sogenannten Schauermärchen ein. Damit meint die Bild nämlich den sogenannten Korrektivbericht über diese Potsdamer Konferenz. Und auch dazu gibt es dann am Ende des Videos nochmal eine Einordnung, die die Bild-Zeitung hier leider verpasst zu machen. Denn die Bild-Zeitung schreibt hier lediglich, gemeint ist damit die Berichterstattung über ein Treffen von Rechtsradikalen, an denen auch Politiker von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa teilnahmen, bei der unter anderem über die Abschiebung von Migranten gesprochen worden sein soll, auch unter Verwendung des Begriffs Remigration. So, die Bild-Zeitung ist jetzt hier schon vorsichtiger und schreibt gesprochen sein soll, weil an dieser ganzen Korrektivberichterstattung ist ja mittlerweile nicht ein Funken Wahrheit mehr dran. Letzter Absatz, bevor wir wirklich in den Brief reingehen. Und die Bild-Zeitung verurteilt natürlich Brandners Handeln da als bedenklichen Einschüchterungsversuch. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere und die liegt jetzt schon ein paar Jahrzehnte zurück, da weiß ich noch ganz genau, wie unsere Lehrer uns damals schon zu Anti-Rechts-Veranstaltungen oder künstlerischen Projekten gezwungen haben. Ich wollte das damals nicht, ich habe mich da auch sehr stark verweigert, hatte sehr viel Ärger in der Schule, aber ich bin da standhaft geblieben, habe mich diesen Projekten verweigert, hatte, wie gesagt, sehr viel Ärger in der Schule und deswegen weiß ich, dass die Einschüchterungsversuche sicherlich nicht von einem Brief vom Herrn Brandner kommen, sondern die Einschüchterungsversuche finden in den Schulen statt, von den Lehrern und von den Direktoren. Und Einschüchterung passiert ganz sicherlich nicht von irgendwelchen offenen Briefen. Wie es nicht anders verwahrten war, hat sein Vorstoß für ordentlich Gegenwind aus der Politik in Niedersachsen gesorgt und zwar hat die Kultusministerin Julia Wille da von den Grünen natürlich dieses Schreiben als bedenklichen Einschüchterungsversuch gewertet. Sie warnt, aus gutem Grund nehmen Partei Abstand davon, Schülervertretungen zu instrumentalisieren. Naja, ich habe ja gerade schon meine eigenen Erfahrungen damals aus meiner Schulzeit geschildert und da doch eine ganz starke Instrumentalisierung und richtige Einschüchterung sozusagen beschrieben. Jetzt würde mich auch nochmal interessieren, wie habt ihr das wahrgenommen oder liebe Schüler, wie nehmt ihr das aktuell wahr, werdet ihr von den Lehrern, von der Schulleitung oder eventuell sogar von irgendwelchen Politikern dazu Antirechtsdemonstrationen gezwungen oder genötigt, muss man ja besser sagen, werdet ihr eingeschüchtert, fühlt ihr euch in eurer Meinungsäußerung da beeinträchtigt, habt ihr Sorgen, wenn ihr eure Meinung sagt, wenn ihr sagt, ich will nicht zu einer Gegenrechtsdemonstration, fühlt ihr euch dann der Gefahr ausgesetzt, gemobbt zu werden. Bitte alles mal unten in die Kommentare reinschreiben und wir gehen jetzt auf den Brief. Wir sind jetzt auf der Homepage von Dirk Brandner, Links alle unten in der Videobeschreibung und da schreibt er, liebe Schülervertreter, einige eurer Mitschüler haben mich angeschrieben, weil auf euren Schulen aufgerufen wird, gegen die AfD und gegen Recht zu demonstrieren. Diese Schüler haben die Sorge, wenn sie diesen Aufrufen nicht folgen, auf eurer Schule ausgegrenzt und stigmatisiert zu werden. Ja, das ist, denke ich, meine berechtigte Sorge. Ich gehe davon aus, dass Auslöser für diese Demonstrationsaufrufe die aktuelle Berichterstattung in den öffentlichen Medien und die Verlautbarung unserer Regierungsvertreter sind. Da ist die Rede von einer Deportation von Millionen deutscher Staatsbürger geplant bei einem Geheimtreffen in Form einer Wannsee-Konferenz 2.0. Neben reichen Unternehmern und CDU-Mitgliedern waren an diesem Treffen nun ausgerechnet auch noch einzelne Mitglieder der AfD beteiligt. Wohl bemerkt kann man da auch jetzt nochmal zu ergänzen. Ich glaube, von der CDU und Werteunion waren sogar mehr Politiker anwesend als von der AfD. Die waren da deutlich in der Unterzahl. Weiter geht's im Text. Schulfreunde, Vereinskameraden und Kollegen sollen aus Deutschland deportiert bzw. remigriert werden, nur weil sie oder ihre Eltern ausländische Wurzeln haben. Ein solches Szenario löst in uns allen Ängste aus. Das hat in Hannover nach offiziellen Angaben 35.000 Menschen dazu bewegt, gegen rechts und gegen die AfD auf die Straße zu gehen. Warum waren es eigentlich nicht mehr? Warum sind einige eurer Mitschüler dem Aufruf ferngeblieben? Immerhin haben allein in Hannover 41% der Bürger einen Migrationshintergrund. Bei 41% Migrationshintergrund sind natürlich 35.000 Demonstranten ein bisschen wenig. Von der Behauptung, wir sind mehr der sogenannten Gutmenschen noch weit weg. Weiter geht's im Brief. Wesentlicher Grund ist, dass es in unserer Gesellschaft ein großes Misstrauen gegenüber dieser Darstellung gibt. Auf die Einzelheiten einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Aber das Schauermärchen, die AfD wolle Menschen mit Migrationshintergrund massenhaft deportieren, beruht allein auf den eigenwilligen Interpretationen des von der Bundesregierung finanziell geförderten Recherchenetzwerkes Korrektiv zum Thema Remigration. Ja, die werden ungefähr mit so zweieinhalb Millionen, glaube ich, gefördert. Kommt nachher in den anderen Artikeln noch. Also zweieinhalb Millionen aus euren Steuergeldern für diese fragwürdige Berichterstattung eines sogenannten Recherchenetzwerkes. Weiter im Brief. Was die AfD unter Remigration versteht, bestimmt jedoch nicht unser politischer Gegner. Unsere politischen Forderungen werden von unseren Mitgliedern bei Parteitagen in den Fachausschüssen und in den Parlamenten erarbeitet und beschlossen. Was die AfD unter Remigration versteht, geht aus unserem Wahlprogramm und den Aussagen unserer führenden Vertretern unmissverständlich hervor. Dabei macht die AfD keinen Unterschied zwischen deutschen Staatsangehörigen mit und ohne Migrationshintergrund. Ausländer, die sich legal in Deutschland aufhalten und sich gesetzestreu verhalten, hier arbeiten, Steuern zahlen und sich in das gesellschaftliche Leben einbringen, sind so wenig Teil eines Remigrationsprozesses wie Deutsche mit oder ohne Migrationshintergrund. Remigration ist unsere politische Antwort auf eine Politik der unkontrollierten Masseneinwanderung in Deutschland, die auf dem gesamten Erdball ihresgleichen sucht. Dazu zählt Umsetzung geltenden deutschen Rechts an der Grenze mit Zurückweisung von Nicht-Einreiseberechtigten. Schutzgewährung grundsätzlich nur so lange, bis der jeweilige Fluchtgrund weggefallen und eine sichere Rückkehr in die Herkunftsländer möglich ist. Schaffung stärkerer Anreize zur freiwilligen Rückkehr Ausreisepflichtiger in die Herkunftsländer. Ja, das macht die aktuelle Regierung oder möchte uns die aktuelle Regierung ja klar machen, angeblich mit diesen Bezahlkarten. Was ich fragwürdig finde, schaut euch unbedingt meine Videos zu den Bezahlkarten an. Die haben es nämlich in sich auch eine Gefahr für uns. Weiter hier bei dem Text. Grundgesetzkonforme Neufassung des Staatsbürgerschafts- und Asylrechts. Kein Verschenken der deutschen Staatsbürgerschaft, sondern Einbürgerung erst als Abschluss gelungener Integration. Ja, also grundgesetzkonforme. Die aktuelle Altparteienriege, die geht ja lieber Hirn beim Grundgesetz und ändert das Grundgesetz. Die AfD spricht hier von Gesetzen auf Grundlage des bestehenden Grundgesetzes. Hilfe vor Ort als Grundprinzip des Flüchtlingsschutzes bei gleichzeitig konsequenter Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Ja, Hilfe vor Ort macht auch Sinn, weil die Gelder, die man hier in Deutschland aufwendet, in den Heimatländern in der Regel viel mehr wert sind. Das heißt, mit gleicher Summe Geld kann ich in den Heimatländern viel mehr Hilfe leisten und die Flüchtlinge brauchen die gefährliche Flucht auch nicht auf sich nehmen. Also macht dieser Punkt gerade sehr viel Sinn und ist viel humanitärer als die aktuelle Flüchtlingshilfe. So, weiter geht es hier im Text. Wie jede politische Forderung sind auch unsere Forderungen diskutierbar. Das ist eines der Wesenzüge in einer Demokratie, dass alle miteinander sprechen. Wir erleben jedoch gerade, dass Menschen in Gut und Böse unterteilt werden. Je nachdem, ob sie ein Bleiberecht für alle und die Regierungslinie in Migrationspolitik ablehnen oder befürworten. Ich finde es sehr besorgniserregend, wenn diese Form der Spaltung auch euren Schulhof und eure Klassenzimmer erreicht. Gerne stehe ich euch zu einem Gespräch und einem Meinungsaustausch zur Verfügung, denn es ist immer besser miteinander als übereinander zu reden. Viele Grüße, Dirk Brandes. Da muss ich dem Herrn Brandes eindeutig recht geben. Es ist immer besser, miteinander zu sprechen, eventuelle Missverständnisse aus dem Weg zu schaffen, als übereinander zu sprechen. Und deswegen war es mir jetzt auch so wichtig, den Brief hier im Original vorzulesen, so dass sich jeder den Bildartikel als auch diesen originalen Brief vom Herrn Brandes anschauen kann und sich da wirklich mal ein eigenes Urteil machen zu können. Denn man kann sich ja nur ein eigenes Urteil über irgendwelche Nachrichten machen, wenn man sich beide Seiten anschaut. Wenn man sich jetzt nur die Systemmedien anschaut, dann hat man ja auch nur deren geframtes Bild, was einem übergestülpt wird, was man denken soll. Wenn man sich aber beide Seiten anschaut und sich aus beiden Gelesenen dann seine eigene Meinung bildet, dann kommt man der Wahrheit etwas näher. Die Wahrheit wird man nie finden. Und deswegen finde ich, ist so eine Informationsbeschaffung viel wertvoller, als nur die Systemmedien zu lesen. Da das Video jetzt schon ein bisschen länger geworden ist, möchte ich jetzt auch gar nicht mehr groß und in die Tiefe hier bei der ganzen Korrektiv-Recherche gehen. Ich habe einmal hier bei Nios einen Artikel dazu gefunden, die dann schreiben, dass mittlerweile auch das Korrektiv sehr stark zurückgerudert ist. Denn Teilnehmer der Konferenz haben eidesstattliche Erklärungen abgegeben, wo sie sagen, die ganze Situation bei diesem privaten Treffen hat nicht so stattgefunden, wie das Korrektiv es behauptet hat. Das Korrektiv hat seinerseits auch eidesstattliche Erklärungen abgegeben, wo sie auch ganz vorsichtig zurückgerudert sind. Die Wannseekonferenz ist nicht gefallen. Es wurde lediglich eine örtliche Nähe zum historischen Konferenzort da in den Artikel reingebracht, was dann die Systemmedien aufgegriffen haben und daraus dann eine Wannseekonferenz gemacht haben. Diese ganze Abschiebung von massenhaft Ausländern ohne rechtliche Grundlage sozusagen, wie sie uns da vom Korrektiv und den Systemmedien dargestellt wurde, hat auch nicht stattgefunden. Also auch da ist Korrektiv zurückgerudert. Was ich fragwürdig finde, ist, dass Zeitungen wie die Bild-Zeitung und andere Systemmedien trotzdem noch auf diese fragwürdige Berichterstattung dieses Treffens da zurückgreifen. Ja, das könnt ihr hier wie gesagt gerne selber lesen von Nios. Dann hier auch nochmal von auchgut.com ist auch nochmal hier Korrektiv heiße Luft jetzt in leichter Sprache. Also auch da nochmal ein guter Bericht und sehr in die Tiefe gehender Bericht, wie das Korrektiv da jetzt zurückgerudert und wie da mit Sprache und Darstellung und Auslegung manipuliert wurde. Liebe Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle rund um diesen Brief, rund um diesen unsäglichen Korrektivskandal machen. Ich hoffe, euch ist jetzt bewusst, in welchem Kontext diese Demonstrationen gegen rechts da stehen. Ich habe auch nochmal ein ganz gutes Video gemacht, solltet ihr euch vielleicht auch nochmal anschauen, wie da zum Beispiel die grünen Ukraine-Proteste manipulieren. Ganz gutes Video, da haben die Freien Sachsen-Aufklärung gesorgt und da gefilmt, wie grüne Demo-Teilnehmer dann die ganzen Utensilien, die sie dabei hatten, bei der grünen Ratsfraktion im Büro eingelagert haben. Schaut euch das auch unbedingt nochmal an, weil wir werden hier von allen Seiten an der Nase herumgeführt. Wie gesagt, teilt gerne dieses Video, damit der Brief möglichst viele Schülerinnen und Schüler erreicht. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen und dann bis zum nächsten Mal.